Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 15. Dezember 2022. Du hörst die Geek Talk Daily 1287 und danke für die Zuschriften und sogar Telefonanrufe, wo die letzten beiden Daily geblieben sind. Nein, das System hat keinen Klemmer, sie haben nicht ausliefern können, weil ich nichts aufgezeichnet habe. Abgrund war der 14. Geburtstag meiner Größentochter und die ganzen Vor- und Nachbereitungen. Und da war einfach viel zu viel zu tun neben dem normalen. Aber Twitter Blue, Emojis, EU, Free From, Apple Music, Ulysses, Opera und Oppo. Das sind die Themen, die haben sich nämlich auch aufgestaut. Das sind einige Themen, die ich rausgeschmissen habe, aber die, die ihr gerade jetzt gehört habt, die möchte ich doch behandeln. Seit Montag ist es soweit. Ihr könnt Twitter Blue für euch nutzen, kaufen. Nicht in allen Regionen aktuell schon verfügbar. Es kann sein, dass bei dir auf deinem Server das Ganze noch nicht läuft. Wie gestaltet sich das? Schliessst du das Abo übers Web ab? Bezahlst du weniger? 8 Dollar statt früher 4,99? Oder machst du es über einen App-Store, wo du es immer gemütlich, immer in Übersicht hat und gemütlich, nicht kopieren, sondern beenden, also kündigen kannst. Jetzt ist es gegangen. Da kostet es dann 11 Dollar. Da hat er einfach die App-Store-Gebühr quasi weitergereicht. Ich hoffe doch mal, dass im zweiten Jahr dann die Gebühr fällt, weil dann muss er ja auch nicht mehr 30 Prozent, sondern nur 15 abgeben. Mal schauen, wie das der liebe Ilen da macht. Was habt ihr davon? Ihr habt zum Beispiel den verifizierten Haken, kommt in die Möglichkeit 1080p-Videos hochzumachen, habt einen Lesemodus für einfacheres Lesen und so weiter und so fort. Ihr habt also einige Vorteile. Das muss euch nur diese 11 Währungseinheiten oder eben 8 wert sein. Emojis und 2023. Was kommt da Neues? Es kommen neu von Blockflöten über, und ich dachte darüber, haben schon mal gesprochen, Erbsen, Ingwer, irgendwelche, mein Gott, meine Mutter wird mich lieben, warum kenne ich die Pflanzen nicht mehr auswendig? Irgend so etwas Violettes, ich wusste es früh mal, eine Gans, ein Rabe, ein Esel, ein Elch und ein Stopp-Zeichen. Also nicht ein Zeichen von einer Form, also ein Sein, sondern die Hand, die sagt Stopp, hör doch jetzt auf und damit höre ich jetzt auf. Also mit den Emojis, nicht mit dem Podcast. Heute gibt es auch noch die eventuelle Geschichte, was aktuell Bloomberg sehr aufkocht und darum Stimmung macht. Anscheinend soll Apple an einer alternativen App-Store-Einbildung, also die Möglichkeit Sideloading zu erlauben, arbeiten. Weil ja die EU mit ihrem Gesetz da so gewisse Dinge geschlossen hat, wo Apple anscheinend laut Bloomberg, muss man eben sagen, Gerüchte, 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 laut Bloomberg noch keine Lösung hat, wie das mit iMessage funktionieren soll. Weil eines der Geschichten, was die EU bestimmen hat, ist nicht nur eben Sideloading, sondern auch noch die Geschichte, dass man die Messenger offen gestalten muss. Und meine Leute, oder genau, die Leute, die ihren Geek Talk hören und die Geek Talk Daily hören, die wissen, dass ich davon nicht der grösste Fan bin. Zum einen möchte ich ja einen riesen fetten Button haben nach dem Motto, wenn du da was runterlädst, bist du selber schuld und dein Phone ist bald kaputt. Und der Hinweis und auch wahrscheinlich ist das Telefon dann aus, nee, lassen wir das. Aber auch mit iMessage. Ich möchte das Zeug gesichert wissen und nicht irgendwie eben dann wieder Kontaminierungsmöglichkeiten schaffen. Aber ja, wir werden sehen, wo uns die Zukunft hinbringen wird. Es gab Updates auf iOS 16.2, auf iPadOS 16.2 und auf MacOS 13.1. Die ersten beiden habe ich installiert, das dritte noch nicht. Was ist da unter anderem neu? Ganz viele Bugfixes, deren nicht ganz so viele, besser gesagt Bugfixes, aber neue Funktionen und Möglichkeiten und die Apple Freeform App ist da. Die Möglichkeit, Notizen zu schaffen auf unbegrenztem Raum, nicht das begrenzt sein nach links und rechts. Ich mag die App extrem und freue mich da viel damit zu tun. Meine Tochter, die wird sich auch freuen, wenn ich ihr morgen dann das Ganze auf ihrem iPad zeigen kann. Weiter geht's mit Tesla und die haben neu ein Update für euch. Wenn ihr also Tesla-Fahrer seid, schaut oder haltet euch nach dem Update 2022.44.25 aus. Da habt ihr unter anderem die Möglichkeit von Apple Music gegeben. Anscheinend hat das Gespräch nicht nur in Richtung Twitter gefruchtet, auch Apple Music schien das Thema gewesen zu sein. Das gibt es jetzt nämlich auch auf dem Tesla. Ha, ich will einen Tesla. Ulysses, das Schreibprogramm meiner Wahl, woran ich mir sehr, sehr viele Notizen mache und Themen reinbuttere zum Recherchieren, womit Leute auch Bücher schreiben können oder andere Projekte, das hat neu eine Projekteverwaltung. Sehr, sehr praktisch, um fokussiert und genau zu arbeiten, weil man dann eben sich nur die Dinge anzeigen lassen kann, die eben gerade mit dem aktuellen Projekt zu tun haben. Finde ich sehr, sehr praktisch, muss ich mir anschauen. Da bin ich aber ein bisschen unsortierter unterwegs und somit, ja, mal schauen, was ich damit umsetzen werde schlussendlich. Dann gibt es Neuigkeiten von Oprah, dem nordischen Browserhersteller. Der hat den Lucid Mode gebracht. Was ist das? Wenn du dir Videos anschaust, egal ob auf YouTube, auf TikTok, auf Facebook, auf Instagram und die Videos nicht ganz so knackig sind. Im Video haben sie so schön gezeigten Millennial und sein Vater, also ein weiblicher Millennial und den Vater gucken sich ein Video an, das uralt ist und die Tochter einfach nicht toll findet. Der Papa schon und lacht. Dann kriegt er den Lucid-Filter. Es kommt ein Filter drüber. Ihr könnt euch so vorstellen wie ein Instagram-Filter. Es schaut viel besser aus. Und dann hat auch die Tochter Freude. Nein, das nicht Generationen verbindet. Gestern hat auch gestartet die Oppo Inno Days 2022. Da hat unter anderem Oppo vorgestellt den Mary Silicon Y. Nach dem Axe im letzten Jahr, dem NPU-Grafik-Chip, kommt jetzt der Bluetooth-Audio-Chip, oder besser gesagt der Audio-Chip, worüber Oppo ein deutlich besseres Hörerlebnis generieren möchte. Im Vergleich zu aktuellen Lösungen um das Zehnfache besser. Wie genau, das habe ich euch in einem Link in den Shownotes auf daily.kiktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens hinterlegt. Da könnt ihr reinlesen. Da hat der Autor ein bisschen genauer darauf eingegangen, was es aktuell für Lösungen gibt und eben wo die Oppo-Lösung steht. Ich bin gespannt und würde mich sehr wundern, wie das dann schlussendlich klingt. Doch was braucht man dazu? Wir brauchen ein kompatibles Smartphone, das das mit drin hat und wir brauchen einen kompatiblen Kopfhörer, der das auch wiedergeben kann. Und wahrscheinlich, zumindest wenn es geht wie im letzten Jahr, wo der Mary Silicon X in eben dem Flaggschiff 2022 Einzug erhalten hat, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der Chip, der jetzt neu vorgestellt wurde an den Inno Days, dann vielleicht im nächstjährigen Flaggschiff drin ist und vielleicht kriegt man da auch gleich Kopfhörer dazu. Mal schauen, ob wir da was hören. Was hat Oppo auch noch vorgestellt? Sie haben gezeigt, diesen Hund, das bin ich gar nicht sicher, habe ich schon darüber gesprochen, der kommunizieren kann, der euch begleiten kann. Auch dazu findet ihr auf dem Blog, den ich vorverlinkt habe, einen Artikel. Und als drittes gab es noch, irgendwas war noch, was hat Oppo noch gezeigt? Genau, Oppo O-Health. Das ist ein Gerät, das diverse andere Geräte ersetzen soll, wie Pulsmessung und Fieberthermometer und so weiter. Schaut ein bisschen aus wie eine Magic Maus, wird wireless aufgeladen und soll in der Lage sein, eben diverse Messungen zu machen und dann weiterzugeben an Familienmitglieder oder andere, die dann die Informationen benötigen oder auf dem Laufenden sein sollten. Und zu guter Letzt habe ich noch eine schöne Meldung aus dem Hause You, dem Fintech aus Glan, also aus dem westlichen Teil der Schweiz. Die haben nach 580 Tagen einen grossen Meilenstein geschafft. Die haben nämlich jetzt 100.000 UserInnen auf die Plattform bekommen und dafür gab es, das ist leider jetzt schon durch, die Möglichkeit, 100.000 Minuten lang kostenfrei zu traden. Aber ihr könnt immer noch, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren möchtet, YouPo gibt sie einem Wort als Promocode nutzen und bekommt dann einen Trading-Kredit von Wert von 25 Franken zum Start. So, genügende Erwerbung. Wer es mal ausprobieren mag, sehr gerne. Einen Testbericht findet ihr auch auf dem verlinkten Blog. In diesem Sinne, euch einen guten und erfolgreichen Start in den Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns bald schon wieder. Und danke nochmals für die ganzen Feedbacks. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.